Ja hallo, ein herzliches Grüß Gott nach Deutschland und ein freundliches Servus nach Österreich. Mein Name ist Martin Kobau, ich bin Geschäftsführer der Firma Alpenkraft. Die Post war gerade bei mir hier. Ich habe mir selbst die Alpenkraft bestellt, um einfach auch mal zu sehen, wie hier der Postweg ist und wie so ein Paket bei Ihnen als Kunde ankommt. Über 70.000 Kunden haben so ein Paket schon erhalten, von ganz im Norden Deutschlands bis hier zu mir, ganz in den Süden von Österreich. Ich möchte mit Ihnen gemeinsam jetzt dieses Paket – Sie sehen, das ist noch original verschlossen – mit meiner Adresse gemeinsam öffnen, um einfach mal zu schauen, wie so ein Paket bei Ihnen ankommt und möchte Ihnen einiges über die Alpenkraft natürlich erzählen und Sie Ihnen etwas näher vorstellen. Wenn ich mich jetzt irgendwann einmal verspreche, bitte verzeihen Sie es mir, ich mache das jetzt wirklich live und dieses Video wird genau nur einmal gedreht. So, machen wir einmal das Paket auf. Ich nehme mein tolles Schweizer Messer her. Also, die Verpackung ist noch einmal recht sauber. Messer legen wir weg. Sie sehen, sechs Stück habe ich mir bestellt. Jetzt einmal anzuschauen. Hier sauber verboxt mit nachhaltigem Papier. So, meine Frau wird dir eine Freude haben hier im Bad. Und das ist hier, die Alpenkraft. Nehmen wir mal ein Stück her und schauen wir uns das einmal an. Verpackung der Alpenkraft. Sauber, solide, da kann nichts passieren. Jetzt schauen wir mal rein. So, was haben wir gemacht? Was ist in der Alpenkraft enthalten? Also, wir haben die Alpenkraft einmal in kleine Stoffsäcke eingepackt. Das kann man dann auch später super verwenden für Trockenfrüchte oder was auch immer. Was haben wir noch dabei? Hier in diesem kleinen schwarzen Kuvert ist eine Reservescheibe drinnen. Ich zeige Ihnen dann später, für was die gut ist. Und natürlich, ganz wichtig, unser Instruction Guide, unsere Bedienungsanleitung, wo Sie hier noch wesentliche Tipps und Wartungsregeln usw. nachlesen können. Und ja, so schaut einmal der Packungsinhalt aus, der Alpenkraft. Und jetzt schauen wir uns einmal das gute Stück selbst an. Das ist sie, die Alpenkraft. So, und jetzt sage ich Ihnen, warum uns und warum unsere 70.000 Kunden die Alpenkraft so funktioniert und vor allem so fasziniert. Also, die Alpenkraft hat im Wesentlichen fünf Vorteile. Und diese Vorteile möchte ich Ihnen jetzt einfach einmal ein bisschen näher vorstellen. Also, das erste und einer der größten Vorteile ist natürlich, dass die Alpenkraft Wasser spart. Und das tatsächlich. Die Alpenkraft spart Wasser. Und wie funktioniert das? Es ist ganz einfach. In dieser Scheibe befinden sich ganz klein gelaserte Löcher. Und diese Löcher machen nichts anderes, als das Wasser zurückzuhalten und dadurch eben Wasser zu sparen. Also, wir reden ungefähr von 8 Liter Durchflussmenge bei einem Druck von ca. 3 Bar. Und je nachdem, was man für ein System vorher hat, kann es dann schon bis zu 30, 35 Prozent Wasser sparen. Das wirkt sich natürlich dann auch sehr, sehr im Geldbörsel aus. Der zweite Riesenvorteil, den die Alpenkraft hat, ist, dass der gefüllte Druck erhöht wird. Was heißt das? Das Wasser wird hier eben gestaut. Und Sie müssen sich das vorstellen wie bei einem Stausee, wo oben der See drauf drückt. Und wenn man unten ein kleines Loch aufmacht, dann schießt das Wasser mit ganz, ganz hoher Geschwindigkeit raus. Und man hat so auf der Haut eine gefüllte Druckerhöhung von Minimum 200 Prozent. Und das macht eben diese kleine Scheibe hier. Der dritte wesentliche Punkt ist die Filterung. Die Filterung der Alpenkraft funktioniert so. Wir haben hier zwei Kammern, in denen verschiedene Perlen eingefüllt sind. Diese Perlen werden auch bei ganz, ganz großen Filteranlagen als Vorfilter verwendet und sind demnach auch im Labor geprüft. Diese Perlen können den Kalk filtern und auch schädliche Schadstoffe wie Schwermetalle und Chlor aus dem Wasser herausfiltern, sodass Sie immer sauberes Wasser bei Ihrer Dusche haben. So, der vierte Punkt ist die Strahleinstellung. Hier an diesem Hebel kann man diese Strahleinstellung einstellen. Ich zeige Ihnen das. Und das Gute daran ist, im Gegensatz zu anderen Duschen, wo man hier am Ring schrauben muss, man kann die Strahleinstellung ganz einfach während dem Duschen mit einer Hand, mit einem kleinen Daumen einstellen. Wie die Strahleinstellungen aussehen, das zeige ich Ihnen später. So, und der fünfte, aber eines der wesentlichen Punkte und Vorteile der Alpenkraft ist, dass wir sie noch einmal verbessert haben. Früher war dieser Ring und dieser Ring hier aus Plastik gefertigt. Wir haben jetzt diese Ringe aus hochwertigem Aluminium fertigen lassen, um zum einen auch die Stabilität und die längere Haltbarkeit, die Nachhaltigkeit zu stärken. Und natürlich, um es optisch auch etwas schöner zu machen. So, genug gelabert. Ich würde sagen, schauen wir uns einmal die Alpenkraft in Aktion an. Ich habe da jetzt schon einmal den Schlauch in meiner alten Alpenkraft abgebäht. Installation super leicht, wir drehen das einfach drauf. Hier sollte diese schwarze Dichtung im bestehenden alten Duschlauch von Ihnen bereit sein. Und dann einfach nur die Alpenkraft draufschrauben. Mehr brauchen Sie schon auch nicht machen. So, jetzt schauen wir mal, jetzt hoffen wir, dass wir... So, und Sie sehen, das ist der Strahl der Alpenkraft. Wir haben einmal hier den Massagestrahl, wir haben den Jetstrahl, der stärkste Strahl und eine Mischung aus beiden Strahlen der Regenstrahl. Regenstrahl, super angenehm für die tägliche Dusche, der Massagestrahl, eine Kombination aus den beiden stärkeren Strahlen. Man kann sich hier den Rücken ganz gut abmassieren und vor allem gefällt mir dieser Strahl. Und zwar, das ist der stärkste Strahl. Vor allem für mich sehr wichtig, um mir das Shampoo aus den Haaren zu waschen. Aber natürlich ganz klar für die Frauen eine tolle Sache. Der Strahl ist sehr, sehr stark und man kann auch mit diesem Strahl sehr leicht in die Ecken fahren, um hier Schmutz und Ablagerungen ganz, ganz leicht zu entfernen. Also, so schaut es aus. Wunderschöner Strahl, sehr, sehr weich. Sie werden es wirklich lieben. Ja, so, das war's. Wir sind alle super, super stolz auf unser Produkt. Auf was wir auch noch ganz, ganz besonders stolz sind, ist auf unser Team, auf unser Support-Team. Wir haben mittlerweile fünf Leute, fünf Personen, die sich wirklich um ihre Zufriedenheit kümmern werden. Die Bianca, die Anna, der Volker, der Michi und der Flo sind für Sie da. Unter support.alpenkraft.shop können Sie es erreichen. Sie werden sehr, sehr gerne Ihre Fragen beantworten. Jetzt bleibt mir nur noch Ihnen viel Entscheidungsfreude zu wünschen und alles Liebe.